... alle Moutinho, den hier auf, aufs Neige, Ziels. Genau weiß, bleibt er oder bleibt er nicht. 28-jähriger, belastet das Budget. Offenbar ist man nicht, oder... ... und er wird die Korde, die Frau Monegas, für die Foute von Bergen, nach Kürzama. Die Korde war schön gespielt. Letztes legt den Ball zurück nach Foumau mal drauf. Das war mein Ende des Schlosses. Es ist nicht der Ange, das Mal. Das ist der Ball. 1-0. Cavalier-Rose, ich glaube. Als er in diese Position war, er leger. Ah, wird das Fall benötigt. Dann war der Fallon. Ein Mann, der Fallon war. Er ist, dass ich verstecke. sehr gut, sehr gut gelegt. Es ist nicht so wichtig. He ist nicht auf der Planung, er ist aber nicht auf der Planung, er ist nicht auf der Planung, er ist sehr gut, er hat den Ball in den Meter fest. Aber die 0 war schon kompliziert. Lässt sich auf einfachste Art ausspielen. 13. Die Saison brennt anscheinend wieder der Baum. Die Schicksalsspiele, sie kommen früh in der Saison. Am nächsten Wochenende das Derby gegen den FC Thun. Dann das Spiel gegen Lugano, im Köp gegen Krienz. Es warten die beiden Europa League Playoff-Spiele auch noch in diesem Monat. Es ist ein Schicksalsmonat. Definitiv für die Young Boys. Vorsicht, nächste Möglichkeit, abgefälscht Tor. Und wieder mittendrin der bedauernswerte Alain Rocha, der diesen Ball hier abfälscht. 4. Und hier noch einmal die Entstehung, keine Gegenwehr, das dürfen wir auch festhalten. Hier der Abfälscher im Vogel steht etwas weit vorne, aber den kann man nicht halten. Der Ball wird abgefälscht wie ein Bogenball. Und hier der Abfälscher in die Masche dieser Ball. 4 zu 0, El Scharau. Und hier ist der Abfälscher. Abfälscher in der Abfälscher. Und hier ist der Abfälscher in der Abfälscher. Der Abfälscher in der Abfälscher. Und hier ist der Abfälscher. Und hier ist der Abfälscher. Irgendwo sieht der Mannberg. Manne zu weg. Wer geht aus dem Wiatchenko. Es gibt eine weitere Fragma. Wander wieder geht weiter. Der Zentrum ist gut. Schuss auf Wander. Er ist weg und erlangs nach Plasch. Er ist eine neue Brüche. Der Zentrum ist gut. Wir sehen den Schuss auf der Fterre. Er ist gut. Der Schuss auf der Wander geht. mit Wander, jetzt sehen wir ob Wander wird mit dem Placé für den Artymata in der ersten Waffe Out Der Brazilian wird weg jetzt sehen wir den Moraes mit dem Wander erzeugt den Sundi raus Der ist eine schwache Eieiei Der hat den hoch über Bomber und Kron der Kamara der Thursday nach ... ... Das war, um Moldeu zu manchen als Palacata. Dynamo sich um 4. predkolo oder Play-Off Liga Prvaka. Das ist ein tolles Nachmittag in Norwegen. Alles, was sie verabschiedet hat, ist es in die Welt. Pjaca, Ademi, Rog, auf der Hrvatschischen Krillen. Das ist das Ademi mit dem Makedonsen, aber es ist unser Kroizvod. Dynamo geht vor Liga Prvaka. Und noch einmal schauen wir. Unvergültige Piazza. Und dann Enriquez. Auf der anderen Seite. Und er schützt. Der Gegner. 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 cycler. Der Gegner. Der Gegner. Der Gegner. Der Gegner. Er hat sich nicht mehr gemacht. 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 Und dann geht es, Hestad, es ist nicht mehr, hier kann man einfach nach der Tür gehen. Hier ist es 2014. Sing! Und bravo, Eduard! Bravo, Eduard! Er ist nicht verstanden in Molde. Es ist nicht mehr, in Molde. Noch einmal schauen wir es aus dieser Seite. Sing! Er ist eine Reaktion. Eduarda Karls. Kamara war ein bisschen auf seinem Weg. Er hat sich ein paar Sekunden. Oliver sieht es noch einmal. Jetzt kommt es zu zweit. Linese. Und dann ist der Kassner. Und dann haben wir das Ende. Wie viele andere Werteilung. Und dann ist der Kassner. Und dann ist der Kassner für Eduarda. Es gibt es nicht mehr zu sagen. Es gibt es nicht mehr, dass es sich nicht mehr aus dem Molde 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 aus. Und dann ist er stirbt. Lopt durch Molde aus dem 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 Molde aus. Wir sind bereit für die siegste 15 Minuten, wenn der Fortschritte kommt. In 2014 hat er Strahl-Ingler-Kamara-Fortschritte. . Der Kieler ist ein sehr schwerer, das ist ein sehr schwerer. Hier ist der Kieler, der Rapid vodiert. Wie ein kaltes Zajax ist, um 12 Uhr zu erreichen. Wir versuchen diese Verrschung zu erreichen, aber wir sehen noch was hier passiert. Das ist eine Verrschung, Sink Graven, Sink Graven, der er hat einen Schluch zu retten, der dann ein schönes, ein überraschender Angriff, der Bauten auf die andere Seite bleibt, Beric und Beric ... ... ... ... ... ... ... ... 2, 3, jetzt der Exel in der Kassen, Rapida ist, das ist. Hier ist die Elegation sehr gut, das ist hier der Rego, Schauber, Rapida, Schauber, Schauber, Schauber in der Zone, Schauber weiter, 2-0. und zwar und zwar die Ausländer die Ausländer die 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 schaub trage schaub pravete nutek da uputi udarać koji nije bio naročito ni precizan ni jak ali tog je te kad imate sreće ondaj ove šut putničkog štopera u nogu u ovom slučaju feltmana menja lopta pravac i postoje neuhvatljiva zagomana silesena kada vas hoće još jedan ovoga puta dobar tetaša dajca arkadio šmilic jedan, dva, sedeset, drugi minut uspeš interesatka, ovaj met zaista počne da liči na onaj prvi ko odigran u beču samo su sad akteri drugačiji drugim rečima i samo počnećem u beču je Ajax vodio dva nova pa je Rapid stigao tu prednosti iz inačaja dva dva, sada je Rapid posle prvih 45 minuta bio u rodstvu Dajksa ima Dajksa na priliku da uputi cetašut klasen i onda još jedan udara za distance i onda se nema mnogo prostora za ekipu Ajaxa pokuša teško se probio odbrana Rapida ovde je uspeo Sim Graven vrlo dobro, optao da pronođe Dajksa nakon njegovom cetašuta pokuša je prvo klasen Elgazi probio odbranu Rapida lopte ide ka Novoti nije uhotio Novota nema pekaša je šansa 2-2 Gudel u 75. minutu Berić je doneo Rapidu izjednačenju u prvu utakmitu u 76. minutu sada Gudelj ovim sjajnim udarcem ovom meču nije promršio ni jednu šansu suvešno su napravili čak su ajde može da se kaže i s polu šansi došli do gola evo sada novog opasnog napada Rapida 3-2 ponovo Šaub kakav gol Šauba u 77. minutu sada je ponovo austrijski tim vrlo izjednačenja u 75. minutu odlično ovde Šaub kontrolisao loptu niko nije smio od igrača Eksa ozbilno da ga napade bi to verovatno bio penal Šauba pogledajte kako je uspio precizno da šutira šutira オ facing ponovo imedio Vielen Dank.